Ja, grüß dich, Burm. Heute geht es darum, wie man sich als kontextueller Alpha besser in der männlichen Dominanz-Hierarchie platzieren kann. Und das ist ein sehr spannendes Thema, denn es ist ja nicht so, dass die Welt so aufgeteilt ist, wie wir es hier sehen, dass es einen gesamten sexuellen Marktplatz gibt, wo letztendlich ganz weit oben nur eine bestimmte Anzahl von Männern sind, die dann auf alle zugreifen, sondern in Regionen unterteilt, in Städte unterteilt, wo letztendlich hier von der Statistik, von der Prozentzahl her 80-20 ungefähr immer gleich herrscht oder zum Teil auch manchmal 40-80. Aber trotzdem sehen wir halt hier oben in der männlichen Dominanz-Hierarchie oder Kompetenz-Prestige-Status-Hierarchie, wie man es jetzt auch genauer unterteilen möchte, dass da eben die Männer sind, die höher in diesen ganzen Werten sind, Prestige, Dominanz, Macht, Aussehen, Attraktivität und halt die Frauen übergaben sind und nach oben daten wollen in allen diesen Unterkategorien. Und dass hier natürlich auch eine bestimmte Form des Kontextes anzuwenden ist, also bestimmte Mikrokosmen, nicht nur dieser Makrokosmos einer ganzen Welt, eines Weltmarktes, wenn man so möchte, sondern halt auch kleine Nischen und Untermärkte. Und um das noch besser in Perspektive zu setzen, erzähle ich immer gerne mal diese Geschichte von meinem Vater, der ja nebenher Bergführer war und hier in diesem Mikrokosmos des Bergführens, in diesem Kontext, der Alpha war, weil er halt dann gesagt hat, hey, okay, hier gehen wir lang, das ist gefährlich, das nicht und halt hier die Leute geführt hat und diese bestimmte Position in diesem Mikrokosmos übernommen hat, des Bergführens und hier halt in dieser Nische weit oben aus der Sicht der teilnehmenden Frauen dann war und dementsprechend dann eben als hochwertiger Mann empfunden worden ist, weil er natürlich hier dann diese Prestige mit, okay, der kennt sich ja besser aus, der hat die beste angewandte Intelligenz, die Kompetenz in seinem Fach des Bergführens und da halt gar keine Konkurrenz auch in diesem Mikrokosmos dann hat, weil er ja dann gar keine anderen Alphas letztendlich hier mit auf dem Schachfeld stehen hat und dementsprechend es in diesem Kontext natürlich auch viel einfacher hatte daran, neue Frauen kennenzulernen. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf den Mikrokosmos oder auf die Nische des Kletterns, des Bergeführens, sondern es kann man ja auch unendlich erweitern. Das sehen wir auch bei Frauen, dass die, je nachdem welche Hobbys sie haben, unterschiedliche Präferenzen haben. Eine Frau, die jetzt zum Beispiel, ja, aus diesem alternativen Sektor kommt und viel mehr auf Bali abchillt, die finden natürlich den Yoga-Lehrer in der dortigen Nische des Yogas viel attraktiver. Aber wenn man jetzt dieser gleichen Boho-Frau letztendlich einen Mann, einen Profi-Rennfahrer vorsetzt, aber dann hier weitaus höhere Präferenzen für die Yoga-Fozis hat, dann haben die natürlich hier einen Pluspunkt und werden dann subjektiv von ihr weiter oben in der Kompetenz-Hierarchie eingeordnet, weil sie ja denkt, okay, Yoga ist letztendlich der Shit und nicht das Formel-1-Rennfahren. Also hat hier letztendlich dann der heftigste Yogameister auf Bali, der da seine ganzen Vorträge hält oder was weiß ich, und wird mehr als Alpha dann angesehen im Vergleich oder in Relation zu dem anderen, wo jetzt eine Frau aus dem Formel-1, die halt voll diese ganze F1-Racing-Zeugsel abfeiert, den Rennfahrer dann im Vergleich als höherwertig anzieht. Das haben wir ja letztens auch mal behandelt, wo es nämlich hier herum ging, dass die Megan Fox ja ihren ehemaligen Versorger verlassen hat mit dem Alpha, weil sie ja jetzt wieder Lust auf den Mr. Sexy hier in Form von Machine Gun Kelly hatte. Und da kamen gute Kritiken von euch, nämlich zum Beispiel hier, ich stimme in diesem Fall Klaus nicht ganz zu, der Typ mag zwar hübsch sein, Ein Alpha ist er aber nicht. Er war drogenabhängig und machte einen harten Entzug, als sie sich kennenlernten. Er wirkt noch wie ein Junge, nicht wie ein Mann. Ich nehme eher an, dass Megan ihm über ist. Also in diesem Fall war es seiner Meinung nach nicht die Hypergamie. Und da bin ich auch bei ihm, dass der Typ, also aus unserer Sicht, aus meiner, aus seiner Sicht, definitiv nicht dieser heftigste Alpha ist, aber trotzdem in diesem Kontext, in ihrem Mikrokosmos, in dem sie sich befindet, im Vergleich zum ehemaligen Beta, ist er verhältnismäßig dann trotzdem mehr Alpha und es reicht manchmal schon aus. Denn wie der Andi hier auch richtig gesehen hat, ein 30-Jähriger, der nur eine vier Jahre ältere Frau kriegt, die mit einem anderen bereits drei Kinder hat, ist nicht gerade Alpha, da er keine besseren Optionen hatte. Da bin ich voll bei ihm. Ihr Ex dagegen muss sich von ihr ziemlich kastriert haben lassen. Er sollte froh sein, dass er sie los ist, war insgesamt ein ziemliches Hop-on, Hop-off. Die Olle hat auch einen an der Waffel. Da sehen wir halt auch, dass die Megan Fox hier Zwangsstörungen hatte, Unsicherheiten, sich selbst verletzt hat und ja, Mangelbewusstsein. Und da stimme ich ihm natürlich auch zu, dass der Machine Gun Kelly halt, wenn man es jetzt an der gesamten Welt anschaut, oder aus dem Blickwinkel der Red Pill natürlich ein sehr geringer bis gar kein Alpha ist. Aber hier muss man ja auch wieder diesen Kontext betrachten. Und das ist eben ihr Selektionsrahmen an ihrem Umfeld bemessen und natürlich auch mit ihrem mangelnden Selbstwert und diesen Zwangsstörungen. Das faktoriert natürlich dann auch hier rein, wie sie sich selber sieht, dass sie, obwohl sie, wenn man hier den Markt anschaut, natürlich weitaus attraktiver gewertet wird. Aber wenn sie sich selber dann nicht so fühlt, dann selektiert sie ja auch weiter unten in der Dominanz-Hierarchie, auch wenn sie eigentlich weiter oben angeln könnte, weil sie hat ja die Attraktivität. Trotzdem sehen wir hier halt dann auch wieder dieses Kontext Hölle. Im Vergleich zu was, muss man immer fragen. Und da hat er natürlich aus der Red Pill Perspektive komplett recht. Ja, der Ex hat sich hundertprozentig betrachten lassen. Und das war wahrscheinlich eine sehr volatile Beziehung mit Zwangsstörungen, massiven Selbstzweifeln. Aber im Vergleich zu diesem Ex und aus ihrer Sicht in Verbindung mit Selbstzweifeln ist der Machine Gun Kelly immer noch der Alpha. Weil selbst in einem Königreich der Blinden ist ja der Einäugige oftmals der König. Und hier muss man gar nicht der heftigste Alpha-Gott sein, sondern da reicht es ja dann schon so ein geringerer oder verbesserter Beta mit leichten Alpha-Anteilen, dass sie dann sagt, okay, der ist letztendlich in meinem Kontext und in meinem Mikrokosmos, die beste Wahl. Auch wenn das aus unserer Perspektive und aus einer kühleren Red Pill Analyse natürlich dann dem nicht entspricht, ist es eben für sie genau dieser in diesem Kontext existierende Alpha und somit auch die beste Wahl. Also der heftigste Mr. Sexy, den sie mit ihrem eigenen wahrgenommenen Marktwert anziehen kann. Obwohl sie ja natürlich bestimmt noch bessere Deals und noch heftigere Alphas anziehen könnte, muss es ja nicht unbedingt auch möglich sein, weil sie die erstens nicht in ihrem Umfeld hat oder weil sie eben wegen den voranbeschriebenen Selbstzweifeln und psychologischen Probleme dann sich auch irgendwo einredet oder überzeugt ist, das nicht zu können und dementsprechend sich halt hier letztendlich auch dem Markt anpasst. Aber das ist ja genau so ein spannender Aspekt, den wir ja auch hier sehen. Man muss nicht der heftigste Gottkönig sein oder der übelste Alpha der Alphas, sondern es reicht sich schon in diesen Mikrokosmen oder in diesen Nischen letztendlich weiter oben in der Dominanz- und Kompetenzhierarchie zu platzieren, um dann da hier letztendlich aus diesen Nischen was raus zu angeln. Und das natürlich, obwohl es Social Media gibt und dementsprechend natürlich der lokale Marktplatz, der ja hier existiert, erweitert wird. Das heißt ja nicht immer zwangsläufig, dass die Frauen dann den heftigsten Gottkönig aus der nächsten Region auswählen, weil der Mann ja auch eine Selektionsmacht hat, wenn er so weit oben in der Hierarchie letztendlich ist. Und dementsprechend, auch wenn sie dann auf Tinder oder auf Instagram den anschreibt, heißt es ja nicht automatisch, dass er dann diese Frau auch selektiert, weil er ja schon letztendlich so viele Frauen am Start hat, dass das ja nicht immer zwangsläufig dazu führt, dass auf der ganzen Welt durch Social Media, durch Tinder und so weiter nur noch die krankesten Top-Notch-Männer alles abkriegen, weil ja hier das auch immer mit reinfaktoriert werden muss, dass auch der Mann mitselektiert und dass der dann zum Teil vielleicht gar kein Interesse an dieser einen Frau hat und so weiter und so fort. Und das Spannende dabei ist halt diese ganzen Nischenbildungen. Es gibt ja auch aus der Wirtschaft oder aus dem Business diese ganzen Bücher, wo es heißt Blue Ocean Strategy. Das heißt, dass man eben eine sehr spezifische Nische anzielt und dementsprechend darin versucht, seine Produkte, also im übertragenen Sinne, seine eigenen Gene zu vertreiben, ohne dabei jetzt letztendlich bei diesen Mainstream-Frauen zu angeln. Es können ja auch diese ganzen Alternativen, Boho-Frauen sein oder was weiß ich, was es dann auch sonst alles für Nischen gibt, wo man sich dann innerhalb dieser Nische weiter oben auf der Hierarchie platziert, durch diese Kompetenz und so weiter, die man hier eben dann mit an den Tag bringt als Mann. Weil das Spannende an der Hypergamie ist ja, dass die Frau immer nach oben datet, egal ob sie jetzt einen Mr. Sexy für die kurze Zeit sucht oder für die lange Zeit den Mr. Stabil. Man sagt ja hier auch der Alpha für den kurzzeitigen Spaß, der Beta-Versorger für den langzeitigen Spaß. Und da kann man das jetzt auch nochmal schön in diesem Kontext mit beleuchten, weil da ist noch eine interessante Frage letztendlich. Dass der Alpha in der Tierwelt immer der Stärkste ist, der bestimmt, wer was abbekommt, ist einfach nicht richtig. Zudem wüsste ich gerne mal, wieso hier die gängige Meinung herrscht, dass Ressourcen ist gleich Versorger ist gleich Beta bedeutet. Und diese Korrelation ist halt einfach eine Korrelation, aber letztendlich keine Kausalkette. Nur wenn ein Kerl jetzt Ressourcen hat, heißt es nicht zwangsläufig, dass er damit der Versorger und somit auch der Beta ist. Aber es korreliert halt dementsprechend sehr häufig, dass gerade die Männer, die versuchen, Frauen mit Ressourcen zu verführen, das halt vielmehr in diesem Transaktionsbeziehungsmodell schaffen, weil die Frau ja vielmehr zum Eifer diese intrinsische Anziehung verspürt, im Vergleich zu dem Beta-Versorger, der damit einhergehend halt auch Ressourcen hat, dieses Transaktionsverhältnis eingeht. Und das habe ich euch auch nochmal hier schöner aufgezeichnet, dass man das sieht. Und zwar sind das ja diese Aspekte, die wir schon von der strategischen Partnerwahl her kennen. Aus der Evolutionspsychologie, attraktive Frauen wollen alles haben, gute Gene, väterliches Investment, Vaterschaftskompetenz und eben emotionale Verfügbarkeit. Und das kann man eben dann letztendlich in Mr. Sexy für die guten Gene und Versorgertum, was meistens dann auch vermehrt Beta sind, mit ökonomischem Investment, Vaterschaftsfähigkeiten und emotionale Verbundenheit für Langzeitthematiken. Und das habe ich jetzt hier im Jason Statham als den Mr. Sexy zusammengefasst. Der ist dann der Liebhaber, der Alpha und halt der Lieferant der guten Gene, wenn man so möchte. Gekennzeichnet durch sechs Merkmale, wie man ja aus der Evolutionspsychologie nehmen kann. Nämlich Männlichkeit, diese klassische Männlichkeit, Fähigkeit zur Konfrontation, kommt da definitiv auch mit rein. Der kann seinen Frame halten, der steht zu dem, was ihn interessiert und lässt sich nicht betaisieren. Dann Sexappeal, das ist ja auch sehr oft damit einhergehend. Und natürlich die Aussehensaspekte, physikalische Attraktivität, symmetrisches Gesicht beim Jason Statham, physikalische Fitness, Muskeln, das sehen wir auch beim Transport oder in allen seinen Expandable Movies. Und letztendlich Intelligenz, aber in dem Fall praktische Intelligenz oder auch Kompetenz, weil abstrakte Intelligenz, dass man da irgendwas sehr Komplexes lösen kann, was aber keinen finanziellen Mehrwert letztendlich dann auch haben könnte, ist halt hier in diesem Aspekt eher uninteressant. Und das sind halt primär nach den ganzen empirischen Untersuchungen, die Mr. Sexy oder wie man es halt im Red Pill Aspekt öfters mal auch als Abstraktionsbegriff hernimmt, des Alphas. Vor allem kommen da halt dann auch diese Game-Aspekte. Kann er sein Frame wahren? Kann er seine Männlichkeit wahren? Bestimmt er, wo es lang geht, was ja die Frau immer so attraktiv findet, obwohl sie es ständig verneint. Aber trotzdem sind das halt auch hier diese ganzen Alpha-Verhaltensweisen-Aspekte. Und das sind ja vielmehr auch Mindset-Aspekte, also Persönlichkeitsentwicklung oder Einstellungswerte, anstatt dass man dann hier wie die Versorger, die Betas und der sogenannte Mr. Stabil für die lange Zeit eher halt auch am Soja-Joghurt naschen und auf diese toxische Männlichkeit dann verzichten, aber halt dann leider öfters auch mal den Preis dafür bezahlen, dass nämlich die Frauen mit ihm lieber was anfangen und die dann als Versorger hernehmen, je nachdem, wie sie es dann halt gestalten. Hier sehen wir bei den Mr. Stabil, den Beta-Versorgern, Aspekte der Gewissenhaftigkeit. Ja, die sind gebildet, ambitioniert und fleißig. Höherer Status, auch das Potenzial. Höheres Einkommen, auch Potenzial. Also er muss nicht unbedingt den Status und die Kohle schon haben, aber trotzdem sind es halt Langzeit-Investments-Aspekte. Liebevoller Partner, guter Vater, emotionale Stabilität und Reife, Ergeben und Loyal. Problem an diesen Aspekten sind halt, wie schon gesagt, Mr. Stabil-Aspekte und die Frau möchte ja immer diese emotionale Achterbahn. Wenn man sich mal anschaut, was sie eben so drastisch präferieren, Fifty Shades of Grey, 125 Millionen Mal verkauft, 52 Sprachen übersetzt, dann ist es halt meistens, ja, mehr der Liebhaber, der Mr. Sexy, der halt dann auch, ja, diese Männlichkeit, die Konfrontationsfähigkeit hat und die damit einhergehende emotionale Achterbahn, die ja viele Frauen so sehr lieben, dass man eben nicht immer so vorhersehbar ist, also man muss jetzt nicht unloyal sein, aber trotzdem nicht so vorhersehbar, dass der Mr. Sexy einfach neue Dinge macht. Der fangt jetzt plötzlich mit dem Fitness an, der fangt mit dem neuen Kampfsport an, der versucht ein neues Unternehmen zu gründen, weil da denkt sie, oh, jetzt macht ihr wieder was Neues und das impliziert ja dann letztendlich auch wieder Männlichkeit und da rechnet sie unbewusst dann voraus, okay, der kann sich eher behaupten, der ist eher fähig, in der Konfrontation sich anderen zu stellen, ergo auch wieder ein Statuspotential-Effekt, der ja oftmals auch übergreifend sehr attraktiv für Frauen ist, weil das haben wir ja schon hier aus den ganzen Studien entnommen, dass Status letztendlich 62% der gesamten Varianz ausmacht, wenn es darum geht, die potenzielle Fruchtbarkeit des Mannes von Seiten der Frau einzuschätzen oder dass halt hier auch die Frauen in dieser chinesischen Sample Self-Reports abgegeben haben, dass je mehr der Mann eben hoch im Status ist, dass sie dementsprechend häufiger über Orgasmen berichten, weil Status im Allgemeinen natürlich sehr berauschend für Frauen sind, sonst würden sie ja nicht dauernd nach oben daten in der Kompetenz, Dominanz und Prestige-Hierarchie, wie wir ja letztendlich überall bezeugen können. Und der Mr. Sexy, der Jason Stetum vorhin noch gefunden, ist natürlich dann trotzdem so interessant, weil die Frauen sagen zwar ja, Partner des Grauens, seine Verflossene, als Frau hat man bei ihm nichts zu melden. Das ist halt dann auch wieder die toxische Männlichkeit, ja, dass da ein bisschen mehr dieser Narzissmus vielleicht mit reinkommt und dass er sagt, hey, pass auf, bei mir läuft es so, aber trotzdem finden ihn ja die Frauen immer noch so attraktiv, weil sie sich ja natürlich lieber einen Mann mit toxischer Männlichkeit teilen, als mit einem Liiert zu sein, der gar keine Männlichkeit mehr an den Tag legen kann. Und wie vorhin gesagt, geht es ja hier oft auch um den kontextuellen Alpha und vor allem in der heutigen Zeit ist es ja auch dementsprechend umso einfacher bisschen die toxische Männlichkeit auszuleben, weil das ja genau das ist, was ja auch die Frauen dann letztendlich attraktiv finden. Und im Vergleich, es kommt ja dann immer auch der kontextuelle Vergleich seitens der Frau, schaut es ja, okay, wie schaut es ein aktueller Markt aus, die meisten sind eh komplette Beta-isierte, da reicht es ja, wie wir vorhin gesehen haben, schon, wenn man nur weniger Beta ist. Denn wie heißt der alte Spruch schon? Unter den Blinden ist der Einäugige der König. Und das sehen wir halt dann hier, wie wir auch mal beleuchtet haben, in dieser Polyamorie-Geschichte, wo ja der eine komplett Beta-isiert hoch 1000 ist und dann halt dieser weniger Beta-Typ daherkommt und dann die Alpha-Rolle übernimmt, weil es ja natürlich auch wieder hier in diesem Kontext zu betrachten ist. Das kann ich euch auch nochmal gerne hier oben markieren. Polyamorie ist nichts für Alpha-Männer und da sehen wir halt auch, dass sie in diesem Kontext, in diesem Mikrokosmos am Umfeld bemessen, eben hier auch aus der Red Pill-Perspektive aus unserer Sicht einen, ja, einen leicht besseren Beta mit ganz kleiner Salzbrise Alpha-Anteilen präferiert und der dann die Alpha-Position in der Kurzzeit- Paarungsstrategie bekommt, währenddessen der Ultra-Beta, der Omega-isierte, wenn man so will, dann die Beta-Versorgerrolle übernimmt. Und mit diesem Wissen, mit dieser Erkenntnis, kann man, wenn man sich hier noch am Dating-Marktplatz zurechtfinden will oder teilnehmen möchte, weitaus auch besser positionieren und zwar nicht primär, um wieder der Golden Vagene zu Kreuze zu kriechen, ja, oh, jetzt werde ich das und Yoga-Lehrer und das, obwohl man selber gar keinen Bock hat, sondern nur als leichte Nebenmotivation, um das primäre Ziel letztendlich wieder anzusteuern, geile Sachen anstreben, coole Sachen aufbauen oder Aspekte verfolgen, die einem selber Sinn geben, wo man sagt, okay, das ist einfach was Geiles, was mein Leben bereichert, weil es sinnstiftend ist und dann als I-Tüpfelchen noch den kontextuellen Alpha-Nebeneffekt hat, dass man sozusagen da noch besser dann auf der männlichen Dominanz-Hierarchie platziert ist und aufgrund der Weibnen-Hybergamie hier dann noch mehr Frauen nebenher hat. Also, ich hoffe, ich konnte euch das näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Fiat's Eich!